Schwing und Eisenspitzhacke so das ist wichtigste erstmal so ähm Eisenspitzhacke in Sicherheit der Hälfte der Facken in Sicherheit, Kohle in Sicherheit und jetzt rennen wir mal kurz herum und werden ganz viele Schafe scheren ähm und die Sonne steht noch ganz ok dumm da dumm dumm Schafen suchen wir gehen erst jetzt Schafen zu suchen ja gut gefunden das Gute ist weil wenn man so macht kommen meistens 3 kommen auch immer 3 bis 4 Wollblöcke auf einmal und das ist echt gut so kann man extrem schnell Wolle sammeln anstatt die Viecher zu killen wie man vorhin gesehen hat immer nur ein Block jo mein Block ist ein Block von vielen kann ich eigentlich damit Gras abschneiden nein aber Blätter von Bäumen ähm so er so rum wow ich bin ein Loch gefallen oh Blätter von Bäumen kann ich so aus dem Baum ein kleines Bonsai-Bäumchen machen und den total so aufstylen ja deswegen kann alles mit ihm korrekt ist irgendwo obwohl es ihm schon die ganze Zeit gut ging und es wow warum lagts hier what the what the what the äh ich vermute größtenteils ist lagts hier so stark weil ich hier diese gigantischen Höhenkomplexe mit dem ganzen cool Schnee vermute weil die ganzen Höhenkomplexe mit dem ganzen Monstern da hier gleich unter uns sind lagt das hier doch ok wir haben Schnee gefunden finde ich gut gut gefällt mir dumm 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 und wir püschen uns an das Schaf ran d ah von hinten von hinten und hier renne ich weg kling nackig gemacht abgezogen die ganzen Klamotten das lässt sich einfach so nackig in der Prairie rumstehen ich bin schon gemein aber hey es hat herausgefordert es wollte es jetzt hat sie gesagt oh mein gott du kannst mich nicht rapen und ich so doch kann ich guck und dann ist es passiert einfach ha mhm Schnee 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 sagte Schnee he he da ich war ganz schnell leise weil ich mich irgendwie auf keine Ahnung was konzentriert hatte WTF warum war ich gerade so leise und wir haben keine Schaufel mehr und wir haben wie viele... ok wir haben genügend Schnee Schnee brauchen wir ja nicht so viel kurz einen Schluck trinken so schon viel besser dumm di di dumm dumm di di dumm du du ch 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 ok ähm da Mist hier hoch immer höher bitte danke danke dass ihr mit Yano Carizuno Airlines geflogen seid wünsche ihnen sonst noch einen schönen Tag mhm mhm Landschaft und Schafe wie fährt eigentlich die Schere aus ich glaube so viel wie ein Metallwerkzeug vermute ich jetzt einfach mal ich weiß es nicht da habe ich mich noch nicht drüber erkundigt ja ich erkunde mich über so viel Unwichtiges aber über sowas Wichtiges erkunde ich mich nicht das ist ja mal wieder so typisch für mich und jetzt sind die ganzen epischen Schafe schwarzen und rosa Schafe weg das ist auch wieder mal so typisch von mir dass ich sowas immer verpasse boah ok ähm wird schwer Nacht WTF oder wo ist die Sonne da oben ok ähm scheiße wo bin ich langgelaufen weintrauben weintrauben mhm oh mein Gott die Weintraube hat Kerne näh die geht ich hasse Kerne in Weintrauben das ist eklig ok ja die Kakteen abernten ich finde das sehr eigentlich hab schon irgendjemand einen Plan hat was ich bauen will weil ich hab noch nie mal mit meinem Haus für den Contest angefangen aber wie man sieht weiß dass ich Kakteen zur Vorbereitung vielleicht schon manche Leute eine Ahnung was ich im Dreh so machen will gut na komm ich ran ja so wahrscheinlich durchlaufen und ganz viel Schaden kassieren wo kommst du her mein alter Bruder komm doch gib's mir versuch mich doch zu rapen komm komm ich lock dich hier weg komm lass mal griefen gehen Alter sie war schon so lange nicht mehr mit dir unterwegs wie geht's eigentlich sehr explosiv wie immer sehr gereizt und höch gerade explosive Laune so typisch von dir Arschloch so hm gut das war mal wieder eine meiner näheren Verwandten in Minecraft bei weiteren Informationen bitte wenn sie sich an mich oder meinen Geschwistern in Minecraft na so dummda dummda jetzt nochmal schnell durchrauschen und den ganzen Pist einsammeln au 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 ja alle wollen sie mir einen High Five geben so waah ich Kohlensäure von der Cola WTF au 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 ich sterbe hab ich irgendwas vergessen mhm da vorne huah huah au 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 oh da ist auch noch was so wie viel haben wir 47 gut ähm ouch habe ich schon mehr gestoßen irgendwo gerade am Stuhl oder so ich achte halt nicht so drauf gut ähm ich gebe meinen ganzen Pist her müssen wir mal craften jetzt hier wie craftet man das eigentlich ach nein das mussten wir ja im Ofen grillen fällt mir gerade ein ok Kann man die zum Einzeln nehmen? Schade, das wäre cool gewesen. Ich brauche Kohle. Ich brauche alle acht Stück sogar. Das ist gar nicht nett. Jetzt habe ich keine Kohle mehr. Das heißt, ich will noch einen Ofen. Dam, 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 dam. Klang. Okay, ähm, und was wollte ich jetzt mit dem machen? So, ja, habe ich Baumrinde hier? Ja, ja, habe ich. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. So. Und zwei müssten sogar davon reichen. Egal, wir haben trotzdem alles rein, wir haben's. Okay, es wird wieder Nacht, wir legen uns... Da war gerade einer der Bugs, dass, wenn man in der Tür so schlägt, dass dann wahrscheinlich rosa, beziehungsweise die Liederfallende Partikel abfallen. Scheiß Bug, muss Notch unbedingt fixen. Kurz das erstmal vor uns schlafen legen. Und jetzt... Oh, hoffentlich greift mich am nächsten Morgen nix an. Oh, Gott. Oh. Oh, morgen. Oh, schön. Oh. Gleich mal so in eine Facke setzen und so. Oh, mein Arsch. Oh, er brennt. Oh, F5-Ansicht. Oh, er brennt. Bringt nicht viel, sieht man nix viel. Okay, wieder hoffen, dass jemand draußen auf uns wartet. Da hinten brennt jemand. Oh, ein Skelett. Komm, gib mir deine Knochen, gib mir deine Knochen. Oh, um zwei Skelette, gib mir eure Knochen. Yay. Knochen. Oh, ein Pfeil. Wo ist das andere hin? Ähm, da brennt ein Zombie. Oh, da sind Knochen. Yay. Aber nur einer. Kommt schon, gib mir eure wertvollen Gegenstände. Wie gesagt, jeden Morgen, wenn ich in Minecraft aufwache, werde ich reich. Komm her. Oh, gerade wo ich zuschlagen wollte. Gerade wo ich so meine Reisierklinger-Skills rauslassen wollte. Tja. Kann man wohl nix machen. Dam, da, dam, dam. Ob irgendwo Creeper gespawnt sind? Weil Gunn-Porter wäre echt praktisch. Dann würde ich einfach so die Massenhülle hochjagen. mit TNT und dann wäre ich glücklich. Okay, bei mir beim Haus scheint nix so etwas zu sein. Die Kaktien sind nicht viel weiter gewachsen bis jetzt. Und da ist ein Schaf. Ah, kommt zu mir. Und da fliegt eine Mütze. Äh, Mücke. Oh, ich habe sie zwischen den Fingern gefangen. WTF. What the F? Ich habe sie voll zerquetscht, die Arme. Ruhe in Frieden, Mücke. Du wolltest eh nur mein Blut saugen. Du Vlad-Verarsche. Und den Witz haben jetzt nur Leute verstanden, die Magiker kennen oder meinen... oder meinen und Chuck's Magiker Let's Play Together gesehen haben. Und hey, vier Schafe. Und mir fällt gerade ein, was ich noch mit dem Dings machen wollte. Nicht mit dem Rasierer, nicht mit dem Rasierer, sondern mit dem Eisen. Genau. Ich wollte etwas sehr Wichtiges, nicht Witziges. Oh mein Gott, Sprachfehler. Ich wollte etwas sehr Witziges craften. Komm, stirb. Stirb, 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 stirb. Gib mir die schwarze Wolle. Äh, Tink. Äh, Ink. Also hier, Tinte. Mit dem man Wolle schwarzen. Oh, cool. Damit habe ich jetzt was Schönes gebaut, um meine Viecher festzusetzen. Also um die hier festzusetzen. Das, da bedanke ich mich nochmal beim Creeperbruder. Hat er mir doch geholfen. Indirekt. Vielleicht wollte er das gar nicht. Vielleicht wollte er einfach nur sein Creeperleben leben. So wie ich. Aber nein, dann. Da habe ich herausgefunden, wie viel Spaß das machen kann, wenn man Häuser baut. Und bam, da bin ich. Und bam, da haben wir Kaktusgrün. Und bam, da haben wir Holzkohle. Und, ähm, 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 4. Ich bin so schlecht. Oh, ich kann nicht mehr zählen. Oh, böse. Dum, dum, dum. Eimer. So. Ähm, achso, ich habe gar keine Schaufel mehr. Ähm, zack, zack. Zack. Na. So. Auch wenn ich mir gerade aus Eisen eine Schaufel hätte machen können. Okay, wo mache ich das am besten? Hier links so. Hm. Ja, muss ja. Dann machen wir am besten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurz sie den Dirt holen. Und. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Perfekt. Jetzt gehen wir Wasser besorgen. Mit nur einem Eimer. Das wird lustig. Aber ich habe da schon einen Plan. Wir klauen einfach etwas und laufen hier entlang. Okay, ähm, dann. Das machen wir schnell, was ich vor... Machen wir hier so. 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 Und jetzt gehen wir noch ein Eimer Wasser holen. Und ta-da! Und endlose Wasserquelle. Und diesen Trick kennt wirklich auch jedes Schwein. Und wer ihn nicht kennt, jetzt kennt ihr ihn. und da kommt chillige Minecraft-Mucke. Typel fetter Hardbass-Techno-Remix-Shit. Für Vorzüge eher Rock. Aber, naja. Minecraft mag es halt klassisch. Und das klingt auch schön. So. Noch zwei Eimer Wasser und dann sind wir hier fertig. Und dann können wir krassen Hanf anbauen und dann, lass mal dick nehmen und so. Und dann geht das wieder. Dann sehen wir ganz viele interessante Wesen in Minecraft, die wir vorher noch nie gesehen haben. Ja. Gut. Und da hätten wir es auch schon. Zucker. Also, Bambus alias Zuckerrohr alias den steht, dass ich nicht mehr Bücherregale bauen kann. schon fertig. Ich hab da entweder ein Schaf gesehen. Ich weiß es ganz genau. Das kriegt meine Schere zu spüren. Komm her, Schaf. Es wird nicht wehtun. Es wird vielleicht ein ganz kleines bisschen pieken. Aber sonst... Habe ich alles? Okay. Löcher am Boden. WTF. Wüste. Hier bin ich eh noch nicht lang gegangen. Also gucken, was hier so ist. Dom. 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 WTF. Da drüben ist immer noch mehr Wüste. Und hier ist... Karge Landschaft ohne Bäume. Warum ohne Bäume? Hier drüben gibt es wenigstens ein paar und ich trinke nochmal einen Schluck. Wenn die Uhrzeit interessiert, wir haben es in 10 Minuten 4 Uhr frühs. Aber ich habe ja Sommerferien. Awesome. Ich habe es gerade gehört. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal schnell ins Häuslein. Gucken wir, wie das Kaktusgrün ist. Nehmen wir einfach so viel, wie wir gerade da haben. Und tun jetzt nochmal hier... den ganzen Piss hier schon mal färben. Dom. Ich bin viel zu larm gerade beim Klicken. So. 42. Dunkelgrüne Wolle. Alle in die Toru. Wichtig. Das beiden wir auch. Das beiden wir auch. Das, das auch. Das. Das kann auf den Stapel. Die auch. Ähm. Achso, ja. Ich will die Kaktusform schnell noch ausweiten, bevor die Nacht wieder anbricht, die das gleich geschehen wird. Oh mein Gott. Ähm. Komm schon, komm schon. Schneller, 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 schneller. Ops, scheiße, jetzt habe ich mein Kaktus zerlegt. Nein, ich habe mein Kaktus zerwixt. Was soll ich noch tun? Ich setze noch ein. So. Ach, kein Eimer. Und dann gleich alle. So, erweitert. Jetzt kommt da eine neue Pflanze hin und hier beginnt dann eine neue Reihe. Ähm, hat der gerade noch einen Dirtblock verschlungen? Du Arsch. Naja, was soll's. Ach so, ja, ich kann mal schnell noch die Reihe so fertig anpflanzen, wenn hier schon mal die so gerade rumstehen. Gut, muss reichen. Reicht, glaube ich, aber nicht, oder? Doch. Locker. Ähm, ich tippe natürlich. Wir haben mal viel zu wenig Sand. Ich fahre mal von hier einfach. So, die beiden Ecken passt schon. So. Ähm. Wie lang noch bis es Nacht wird? Ja. Ja. Einsatzling. Hey, Tagestiel erreicht. Neun Baum pflanzen. Greenpeace rettet die Welt. Oh my god. Komm, gib mir das jetzt länger. Mach ja noch. Da, 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 und ich spiele jetzt schon weiß ich nicht wie lange wieder und ich hab noch nicht mehr ansatzweise mit dem Haus angefangen. Nur mit Materialien sammeln, das finde ich ein bisschen lame, aber was sollt, was sollt, was sollt, was sollt. Ich nehme den Kaktus aus dem Ofen, yeah. Geh in diesen Shit und leg ihn drauf. Ähm. Ähm. Schere rein oder auch nicht. Ähm. Knochen rein. Dört rein. Eimer rein. Und. Sind euch da irgend noch was drin? Nein. Okay. Dann würde ich sagen, beenden wir jetzt erstmal hier die erste Aufnahme von der Minecraft. Bau-Content-Contest-Challenge hier vom Haus, die ich, ähm, gemacht, gestartet hab. Und dann würde ich sagen, spoilert mir nichts von meinen Konkurrenten bitte, weil sonst könnte ich mir irgendwelche Ideen von ihr abgucken und das möchte ich nicht. Dann, ja. Ich hoffe euch hat bis jetzt so das Gefallen, wie ich die, ähm, den Shit hier alles gesammelt hab. Und dann würde ich sagen, tue ich noch hier schnell mit dort vorne das Haus ein bisschen verkleiden. Ähm. Ja. Dann würde ich jetzt sagen, ich bin der Yano Karuzuno. Das war der erste Part von der Let's Play Minecraft, äh, Let's Challenge Minecraft, ähm, Big House Sing, bla bla bla. Und ich trage mein Nagi-Neues Call of Duty Modern Warfare 3 T-Shirt. Blende ich vielleicht hier ganz kurz so ein Screen oder so ein, keine Ahnung, so aus Fun, so vom T-Shirt. Okay. Und dann sage ich jetzt mit diesem Austin-T-Shirt, tschü, tschü. Zombie brennt.